Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso waren die denn noch am Leben? Ich hatte sie doch alle getötet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Undevаемся. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind hier drin ungefähr fünf Quadratmeter. Ich finde es aber angenehmer als in einer großen Zelle. Ich kann in der kleinen Zelle einfach besser nachdenken. Und in der Einzelhafte ist doch keine Schlägerei möglich. Einmal saß ich allein in einer großen Zelle. Ich konnte es nicht ertragen. Ich habe mir den Mund zugenäht und die Venen aufgeschlitzt. Dann hat man mich in die psychiatrische Abteilung gebracht. Ich heiße Maxim Gisenhoff und bin 31 Jahre alt. Ich habe Sigmund Freud gelesen. Er schreibt über Phobien, Psychoanalyse und das Unbewusste. Das interessiert mich, denn ich war nicht bei Bewusstsein, als ich mein Verbrechen begangen habe. Ich erinnere mich noch, dass ich viel getrunken habe. Dann fing ich streit an. Als ich zu mir kam, hatte ich ein Messer in der Hand. Ich lag auf einem Mann auf dem Boden. Das Messer hatte ich ihm in die Kehle gerammt. Er war noch am lieben, aber er war bewusstlos, weil ich ihm einen Stuhl über den Schädel gezogen hatte. Ich zog das Messer raus und er zuckte noch. Sein Blut spritzte auf mich, auf meine Schuhe, meine Socken, meine Hose. Ich hatte keine Erinnerung an den Abend. Langsam habe ich dann bemerkt, dass sechs Leichen um mich herum lagen. Ich hatte sechs Menschen getötet. Meine Frau war auch darunter. Der Rest waren Männer. Ich habe die Leichen aufeinander gelegt. Sogar ein zehnjähriger Junge war dabei. Der war bestimmt keine Bedrohung gewesen. Vielleicht hatte ich ihn getötet, weil er ein Zeuge war. Das tut mir sehr leid. Das mit den anderen nicht, aber das mit dem Kind. Das mit dem Kind. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Einen Menschen zu töten ist nicht schwer, aber es ist sehr schwer, mit der Tat zu leben. Ich erinnere mich an alle meine Verbrechen. An jedes einzelne. Das ist die schlimmste Strafe, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Ich heiße Timo Temirov. Und ich bin zur lebenslange Haft verurteilt. Einmal am Tag habe ich eineinhalb Stunden Ausgang. Ich kann den Himmel sehen. Ich kann frische Luft atmen und stelle mir vor, wie es ist, frei zu sein. Jeder wird mit gewissen Fähigkeiten geboren. Und ich hatte alle Talente, um ein Verbrecher zu werden. Die 90er Jahre in Russland waren wie die 30er in Chicago. Es herrscht der Regel recht Krieg. Wenn damals Leute zu einem Treffen mit einer Sporthasche erschienen, dann war klar, da ist eine Kalaschnikauf drin. An einem Abend war ich in einem Nachtclub. Da hat mich ein Mitglied einer anderen Gang in aller Öffentlichkeit beleidigt. Daraufhin richtete ich meine Waffe auf ihn und forderte ihn auf, sich zu entschuldigen. Doch er zog ein Messer. Ich habe ihm eine Kugel in die Brust und zwei in den Kopf geschossen. Jeder hat sein Markenzeichen. Ich habe meine Opfer immer mit Kopfschüssen umgebracht. Zwei Schüsse hinters Ohr. Für vier Morde wurde ich schuldig gesprochen. Dass ich Auftragskiller war, spielte bei dem Urteil keine Rolle. Die Bedingungen hier sind sehr hart. Und man begreift bald, dass man nie wieder frei sein wird. Und man begreift bald, dass man nie wieder frei sein wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 In den ganzen 26 Jahren habe ich nicht ein einziges Mal Mitleid für einen Gefangenen empfunden. Alle haben sie abscheuliche Verbrechen begangen. Untertitelung. BR 2018 Natürlich ist es hier schwer, 25 Jahre lang in einem Käfig zu hausen. So mancher Insasse dreht er durch. Mein Name ist Zubkan Dadashev. Ich bin der Leiter der staatlichen Strafvollzugsanstalt Kolonie 56. Hier sitzen einige der gefährlichsten Verbrecher von ganz Russland. Terroristen, Verrückte, Serienmörder, Vergewaltiger. Ich bin mir ganz sicher, dass nicht einer von denen unschuldig ist. Die sind alle schuldig. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit denen. Für mich wäre die Todesstrafe die einzig richtige Lösung. Ổziehen. Ich bin der Wer systemic. Scherzner, Eosif, Zawarohin, Chugunov, Mestohudinov, Kurbanbae, Dushin, Lysenko, Suleymanov, Barmin, Mikhailov, Smitanin, Mazalov. Die Zeit in der Todeszelle war grausam. Ich war der Letzte, der begnadigt wurde. Ein Mann, der die Anordnung des Präsidenten sah, dass seine Todesstrafe in lebenslang umgewandelt wird, hat sich fünf Minuten später erhängt. Drei Tage später hat es ihm ein anderer nachgemacht, mit der eigenen Unterhose. Und noch ein anderer hat sich erstochen. Wenn man mich hingerichtet hätte, hätte mir das die ganze Quälerei erspart. Eine Haftstrafe von 25 Jahren ist nicht gerade angenehm. Nicht mal für jemanden wie mich. Ich bin der Insasser Wladimir Ehrenner. Ich habe keine normalen Menschen getötet, sondern lauter Mistkerle. Ich bin jetzt 62 und habe über 40 Jahre im Knast verbracht. Ich habe hier mehr Zeit als jeder andere verbracht. Ich kümmere mich um das leibliche Wohl der Insassen. Ein satter Insasse benimmt sich. Hungrig stellt er eine Bedrohung dar. Du wirst nicht als Verbrecher geboren. Die Lebensumstände machen dich dazu. Ich wurde Verbrecher, weil ich Hunger hatte. Meine Geschwister haben früher Holzspäne gekaut, weil es nichts anderes zu essen gab. Da habe ich eine Frau getötet mit einem Messer. Ich wollte keine Kugel verschwenden. An meinen Händen klebt Blut. Ich muss nachhaltigen Körpersen und zuerst kommen. Es gab keine Körpersen. Ich muss nachhaltigen Körpersen. Wenn die Körpersen keine Körpersen hatte, dann kam ich zuerst. Ich muss nachhaltigen Körpersen. Ich muss nachhaltigen Körpersen. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Entscheidend ist die Wirkung auf die menschliche Psyche. Schon das Zeitgefühl hier drin. Ein freier Mensch draußen glaubt, dass einem hinter diesen Mauern ein Tag wie eine Ewigkeit vorkommt. Aber der Kopf eines freien Menschen ist voll von Eindrücken. Er geht hier hin, geht da hin. Er trifft sich mit dieser Person, trifft sich mit jener Person. Sein Tag ist voll von Erlebnissen. Und alle sind in seinem Kopf gespeichert. Aber hier haben alle Gesichter den gleichen Ausdruck. Und das Leben läuft im Leerlauf. Darum verfliegt die Zeit in meinem Kopf wie im Nu. Ein Tag ist wie eine Stunde, eine Woche ist wie ein Tag. Das belegt Einsteins Theorie, dass die Zeit relativ ist. Sie vergeht unterschiedlich schnell für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Manchmal merke ich nicht, wie die Zeit vergeht. Aber manchmal habe ich auch zu wenig Zeit. Ich bin fast den ganzen Tag eingesperrt. Wenn ich Ausgang habe, sind das eineinhalb Stunden. Den Rest des Tages bin ich in der Zelle. Aber verrückt werden kann man genauso gut draußen wie drinnen. Das hängt von der Person ab, nicht von der Zelle. Es hängt davon ab, was sich im Kopf abspielt. Auch hier in der Zelle gibt es genug Platz, um sich gut zu beschäftigen. Ich versinke in einem autistischen Zustand. Ich stelle mir ein imaginäres Leben vor. Ich male mir eine Innenwelt aus, die besser ist als die grausame Realität. Ich werde oft gefragt, wie ich es so lange aushalten kann. ohne durchzudrehen. Aber wer sagt denn, dass ich nicht schon längst verrückt geworden bin? Jeder, der so lange diese Strafe verbüßt, bekommt eine Meise. Das kann keiner verkraften. Von den Männern in den Zellen hier dreht ein Drittel durch. Nur die Starken überleben. Die meisten verlassen diesen Ort im Sarg. Nur wenige stehen das durch. Bis jetzt gab es noch keine einzige vorzeitige Entlassung bei uns. Aber manch einer hat noch immer Hoffnung. Der schreibt dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ist voller Erwartungen. Aber das ist reine Illusion. Ich frage sie dann, was sollen all die Mühen mit dem Schreiben? Sie sind wie Ertrinkende, die sich an einen Strohhalm klammern. Sie denken, dass es für sie Rettung geben könnte. Hier ist das gleiche. Und wie lange dauert hier? 16 Jahre alt? Ich denke, dass es für sie in Wettbewerb ist. Für sie in Wettbewerb? Und schnell? Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 34 Jahre alt. Das allererste Mal bin ich mit meiner Frau hierher gekommen. Wir sind gefahren und gefahren. Und irgendwann hat sie gefragt, warum fahren wir immer tiefer in diese Wälder hinein und nie kommt uns ein Auto entgegen. So riesige Wälder habe ich noch nie zuvor gesehen. 24 Jahre war ich alt, als ich hier anfing. Jetzt bin ich 50. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Selbst bei den alten Insassen aus den Todeszellen sind es nur 25 Jahre. Und ich habe schon 26 hinter mir. Schon komisch, oder? Die verbüßen eine Haftstrafe und mich bindet mein Arbeitsvertrag an diesen Ort. Ich wurde zu lebenslang verurteilt. Ich habe in allen Anklagepunkten meine Schuld eingestanden. Ich habe einen Geschäftsmann ermordet. Ich habe ihn mit einer Waffe in jeder Hand erschossen. Ich habe ihm keine Chance gelassen. Ein andermal habe ich einen Wachposten getötet. Er hatte mich zuvor angeschossen. Da habe ich ihn getötet. Ich verdiene diese harte Strafe. Ich war 16, als ich meine zauberhafte Frau geheiratet habe. Zwei Jahre später wurde mein Sohn geboren. Ich habe ihn seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Er hat mir einmal geschrieben. Papa, ich bin nicht wie du. Ich bin anders. Verzeih mir. Da habe ich gewusst, dass er mich nicht verklärt. Mein Sohn ist anders. Ich hatte meiner Familie erzählt, ich würde bei einer Ölfirma arbeiten. Wir hatten keine Ahnung, womit er sein Geld verdient. Wir wussten nichts. Es ist schon so lange her. Aber noch immer kann ich nicht glauben, dass er so etwas getan hat. Ich habe ihn jetzt fünf Jahre nicht gesehen. Ich heiße Vlada Temirova. Ich bin die Frau von Timo. Ich besuche ihn mit unserem Sohn. Es sind hin und zurück 60 Stunden Fahrt, um meinen Mann für vier Stunden zu sehen. Vor 25 Jahren haben wir geheiratet. Da war ich Julia und er Romeo. Es wird schwer, ihn wiederzusehen. Jetzt sind wir endlich da. Das sieht unheimlich aus. Ich habe vor einem Tag erfahren, dass meine Frau und mein Sohn zu Besuch kommen. Wenn man nichts tun kann als warten, steht die Zeit still. Das waren lange 24 Stunden. Der Mensch schätzt, was er im Leben hat, erst dann, wenn er es verloren hat. Fahne? Temirova. Temirova? Ja. Temirova. Kommen Sie bitte. VIHKLIKHT Die Telefon vertrest. Ja. Bitte. Das war's. Hallo. 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 Ich bin auch. Hallo. Ihr habt euch nicht geändert. Es ist so schön. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Wie sind Sie? Okay. 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 So, alle sagen dir привет, alle sagen dir so gut, alle denken, alle denken. Und ich bin froh, dass wir gehen zu dir. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Alles gut. Du bist so schön. Danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich denke, dass ich mich mit dir verstanden habe, dass ich dich schon wieder treffen habe. Es ist ein Zeitpunkt, bis ich dich noch nicht erwartet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denke, bevor ich hierher kommen, habe ich gedacht, über die Themen zu sprechen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt mich. Es sind die Gedanken. Es verankt. Es verankt mich. Mami sagt, dass ich so viel zu leben, wie es braucht. Für dich zu warten. Lass. Ich sage dir ansatz, aber dann noch einen Tipp. Lass mich noch einen Ratschung. 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 Du hast es gesehen. Erinnerst du, als wir mit dir in den letzten Mal gesehen haben? Ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Es ist wie vorhin mit Artym erinnerst du. Sie schreiben sehr viel. Sie schreiben. Und wenn wir mit ihm sind... Wir sind so, wie wir sind. 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 Wir sind nur eine Kroh. Wir haben unsere Schulden und Nichts. Wir lieben uns einander. Das ist das wichtigste. Und das ist alles. Ich komme jetzt und werde ich auf dem Kopf fliehen. Ich weiß nicht, was mit mir geht. Wir sind sie. Ein Kind, am lieb weimlich. Ich ι. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Dir Sie我的 Gesundheit ist alle. Be 해서. Wenn dich gehe, wo wir uns erinnerst... Danke. Schöne! 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 Gehen! Schöne! Musik Wenn wir so arbeiten, können wir uns von голоду sterben. Wir müssen uns möglichst viel mehr zacken vornehmen. Wir müssen jetzt wiederholen. Wir müssen jetzt wiederholen. Wir müssen wiederholen. Wir müssen wiederholen. Wenn die Aufseher nicht hinsehen, übernehmen wir alten Hasen das Regiment. Und für mich zählt noch der alte Verhaltenskodex. Ich knüpfe mir jeden vor, der sich an Unschuldigen vergreift. Und ich bin ein harter Hund. Die wichtigste Regel heißt, wir darf es keinen Streit geben. Das ist die Regel Nummer eins. Deshalb müssen sämtliche Ausdrücke oder Taten vermieden werden, die in Streitigkeiten oder Schlägereien ausarten können. Das war so, dass wir hier in der Lage sind, die in der Lage sind, die in der Lage sind. Da gibt es einen, der hier einsetzt, weil er zwei Mädchen vergewaltigt und getötet hat. Eines Tages beim Appell hat er einen anderen Insassen getreten und beschimpft. Und ich stand daneben. Ich sage zu ihm, Hoya, was nimmst du da heraus? Dieser Typ war wegen Mädchenmord hier. Einem Verbrechen, das wir verabschauen. Seit ich zurückdenken kann, werden Typen wie der verprügelt, ausgepeitscht, gefickt. Also haben wir ihn uns vorgeknöpft. Jetzt macht er keinen Ärger mehr. Er hat lernen müssen, dass einem auch hier drin der Prozess gemacht wird. Und das Urteil auch verstreckt wird. Ich bin seit 16 Jahren hier. Ich habe es verdient. Mein Name ist Andrei Lebedev. 1994 hatte ich keine Arbeit, kein Geld, nichts. Aber ich musste irgendwie überleben. Also schloss ich mich einer Gang an. Wir sind in den Wald gegangen. Ich war ziemlich angetrunken. Ich habe ein Mädchen vergewaltigt. Danach habe ich sie getötet. Ich habe sie abgestochen. Die Leiche habe ich einfach im Dickicht versteckt. Das wäre nie aufgeflogen, aber kurze Zeit später wurde ich selbst niedergestochen. Und als ich im Krankenhaus lag, habe ich dann alles der Polizei gestanden und verraten, wo die Leiche liegt. Denn ich wusste, ich kann so nicht weitermachen. Ich hatte mich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ich musste mich von der Gang lösen. Mein Geständnis war dann das Ende. Und mein Weg in die Unterkaste. Im Gefängnis heißt das Unterkaste. Wenn ein Mann zum Beispiel ein Kind vergewaltigt hat, oder einen Jungen, hat er hier vor den anderen allen Respekt verloren. Er wird zum Niemand. Das ist eine Strafe. Er ist dann ganz unten. Ich heiße Mikael Nekraschuk. Ich bin seit 18 Jahren hier. Ich gehöre zur Unterkaste. Wir putzen die Baracken. Wir fegen die Fußböden. Wir räumen Sachen auf. Am ekligsten ist es, die Toiletten zu putzen. Die müssen in der Kantine ihr eigenes Geschirr benutzen. In den 70er Jahren gab es das Bestreben, diese Regelung abzuschaffen. Alle sollten aus den gleichen Schüsseln essen. Aber das führte in den Gefängnissen zu Mord und Totschlag. Manche Männer gehen gerne freiwillig in die Unterkaste, weil sie schwul sind. Man nennt sie Arbeitsschwänze. Jeder weiß, dass sie für Tee oder Zigaretten Sex mit Insassen haben. Das ist nicht ein Sekret. Was mich betrifft, ich bin absichtlich in der Unterkaste. Mich wurde so geboren. Ich fühle mich zu Männern hingezogen. Wenn mich ein Kerl anspricht und sagt, gehen wir da rüber, dann gehe ich eben mit, ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden. Und so kommt man auch zu was. Einmal kriegt man Tee, ein andermal eine Schachtel Zigaretten. Ganz ehrlich gesagt, ich sehne mich gar nicht danach, frei zu sein. Wo sollte ich denn hin? Keine Ahnung. Ich bin so sehr an dieses Leben gewöhnt. Das hier ist mein neues Zuhause. Hier bin ich, wer ich bin. Ich bin so sehr an das, was ich bin. Ich werde mir das Buch auf dem Liste schreiben. Du kannst es mir alles auf die und alle meine Erinnerungen du bekommst du durch eine Woche. Du bist so großartig, dass du mir mal bezogen hast! Du hast mir keine großen und dünnere Buchstaben über die, wie du da an Arbeit bist und wie du mit dem Liste bist. Du bist so ein Hörger! Du bist so ein Hörger! Du bist so ein Hörger! Ich glaube, er war uns weniger. Oh, Waisch, wie toll! Was er dir das für dich aufhören? Was ist das? Einmal habe ich einen Brief von einem Mädchen erhalten. Sie hatte einen Grund, mir zu schreiben. Ihr Vater wurde ermordet. Und als sie 14 war, wurde sie vergewaltigt. Und sie wollte nun einen Menschen kennenlernen, der solche Verbrechen begangen hat. Einen Mord, eine Vergewaltigung. Sie wollte das einfach verstehen. So fingen wir an. Wir schrieben uns sechs Jahre lang Briefe. Daraus entwickelte sich eine richtige Freundschaft. Und als ich um ihre Hand anhielt, sagte sie ja. Vor elf Jahren besuchte sie mich das erste Mal. Und jetzt haben wir zwei Kinder. Der Junge ist sieben und kommt dieses Jahr in die Schule. Das Mädchen ist fünf. Aber ich habe beide noch nie gesehen. Bis jetzt waren sie noch nicht hier. Tschüss. . Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Unter harten Bedingungen ändert sich das Bewusstsein. Mir die Schlinge um den Hals zu legen, mir die Adern aufzuschneiden, zu verbluten, Selbstmord zu begehen. Diese Gedanken habe ich nicht mehr. Denn ich habe begriffen, ich muss mich abrackern. Wie heißt es so schön? Gott musste leiden. Und das wissen wir jetzt auch. Mein Name ist Albert Rehabinin. Ich habe 19 von 25 Jahren wegen Mordak gesessen. Ich wollte nicht, dass sie sterben, aber sie sind eben gestorben. Nicht leicht drüber zu reden. Ist schon lange her. Damals war ich 21. Ich hatte einen Job bei der Friedhofsverwaltung. Ich ging mit meinen Arbeitskollegen ein Saufen. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Es kam zu einem Kampf. Vier Menschen habe ich umgebracht. Ein paar mit einem Messer, die anderen mit den bloßen Händen. Danach habe ich lernen müssen, was es heißt, lebenslang eingesperrt zu sein. In einem anderen Gefängnis hat man mich verprügelt. Gleich nach der Einlieferung. Ohne jeden Anlass. Nach der Keilerei konnte ich meine Zähne ausspucken. Vielen Dank an die Wärter dort. Meine Innenwelt ist meine einzige Freiheit. Ich habe zwar eine Tochter und sogar ein Enkel wächst heran. Aber ich habe von meiner Familie seit 17 Jahren niemand mehr gesehen. Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Das ist meine Tochter. So sieht sie jetzt aus. Erwachsen und verheiratet. So hat sie ausgesehen, als ich sie das letzte Mal sah. Das war 1995. Und das ist mein Enkel. Ab und zu schreibt mir meine Tochter. Meine Frau wollte natürlich nicht so lange auf mich warten. Aber dein Kind bleibt immer dein Kind. Das Allerwichtigste ist, nicht den Lebensmut zu verlieren. Und das ist mein Kind. Super. Soll das jetzt. Musik 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 Letzte Woche hat man mir gesagt, dass meine Mutter kommt. Ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Musik Am Tag vor dem Mehrfachmord hat mich Mama gebeten, nicht zu trinken. Aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich habe mich betrunken und dann all die Menschen getötet. Wie soll ich ihr jetzt in die Augen schauen und mit ihr reden können? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe Schiss. Eine Mutter ist der einzige Mensch, den ich auf der Welt habe. Sonst gibt es niemanden mehr. Und mich quält immer wieder die Frage, ob sie mir verziehen hat oder nicht. Musik Es geht sich nicht auf die Kosten. Sobald ich an Maxim denke, erscheint vor mir sein Gesicht. Und seine Statur. So wie er war, als er zum letzten Mal aus dem Haus ging. Sonst hatte er immer, bis später Mama gesagt. Aber an diesem Tag sagte er, leb wohl. Als ich die Tür hinter ihm zumachte, dachte ich mir, warum denn leb wohl? Als ich von dem Urteil erfuhr, wusste ich nicht, wie mein Leben weitergehen sollte. Manche hatten Mitleid mit mir. Aber andere sagten, da geht sie, die Mutter des Mörders. Die Mutter des Mörders. Ich fürchte, es wird das letzte Mal sein, dass ich ihn sehen kann. Es ist einfach zu teuer, hierher zu kommen. Die Mutter des Mörders. Die Mutter des Mörders. Die Mutter des Mörders. Hallo. 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 Entschuldigung, du klingst. Es ist normal. Was ist? Ich bin normal. Ja, ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Ich habe keine Zübungen. Ich habe keine Zübungen. Und dann habe ich mich verletzt. Ich habe wieder viel gebeten. Vereint, er hat sich verletzt und hier noch nicht verdient. Wenn ich mich verletzt habe, wurde es gut verletzt. Ich Punch hier nicht, habe ich eine Woche auf dem Pressmet. Was denn noch Goingsie noch denn? Ja, nichts. Wenn mit dem Bauchten, was man auch über den Telefon an den Videobeschaut ist? Ich versucheónen alle berühmärkt. Ich würde es auf den Telefonkarten nehmen. Die Leute sind jetzt gefährlich. Meine Bräder sind oft. Nassilien, Verbrauch, Pädophilien. Ich würde es selbst unbekannte. Wenn wir uns auf die Freiheit haben, dann würde ich sagen, dass ich mich nicht mit Pädophilien würde. Ich würde es sagen, dass ich mich nicht so gut bin. Ich würde es sagen, dass ich mich nicht so gut bin. ? 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 Wir sind positiv. Wir müssen alle Situationen mitzifizieren. Und so sehen wir. Wir treffen uns über 20 Uhr. Aber du hast auch die Läden? Ja. Es sieht, dass du dich in der Lage bist. Okay, son. Das ist alles für uns. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mami, es geht nicht. 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 Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meine Haftstrafe ist fast vorbei. Bald werde ich freikommen. Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich komme raus aus dem Gefängnis. Aber was soll uns eins dann tun? Wo sollen wir hin? Es ist toll, wenn die Mutter noch lebt und man eine Anlaufstelle hat. Aber was ist der nächste Schritt? Nach 25 Jahren Haft kann mich doch keiner mehr brauchen. Kleidung, Autos, sogar die Straßen. Alles wird anders sein. Selbst die Art und Weise, wie die Leute reden. Und wenn ich wieder zu Hause bin, wird mich doch ständig die Ortspolizei misstrauisch im Auge behalten. Davor habe ich natürlich Angst. Wie soll ich neu anfangen? Womit denn? Auf wen werde ich mich verlassen können? So ist das. Angst vor der Freiheit. Kennen Sie meinen größten Wunsch? Frei zu sein, frei zu sein und bei meinen Vorfahren begraben zu liegen, wo meine Wurzeln sind. Selbst im Grab wird es noch angenehmer sein als in dieser Fremde hier. Bin ich denn nicht eine Gefahr für die Gesellschaft? Doch, davon bin ich überzeugt. Wenn ich entlassen werde, treffe ich auf Leute, die ein schönes Leben führen. Und ich werde mir das Gleiche wünschen. Aber ich hatte ja noch nie einen Job. Und selbst wenn ich einen bekomme, werde ich ein paar Wochen lang arbeiten und dann bestimmt wieder klauen, saufen und töten. Hast du einmal getötet, tötest du wieder. Denken Sie an Ihre abscheulichen Verbrechen. Wer von denen kann schon rehabilitiert werden? Nehmen Sie zum Beispiel den Gefangenen, dem Mann nachgewiesen hat, dass er acht Frauen ermordet hat. Er hat sie in die Wälder verschleppt und sie dort erschossen. Und er hat mit seinen Freunden darüber gelacht. Ich wünschte, wir hätten noch immer die Todesstrafe. Die Menschen draußen können das vielleicht nicht verstehen. Aber sie haben auch noch nie in die Augen dieser Killer geblickt. Für mich wäre die Todesstrafe die einzige Lösung. Als ich frei war, war ich blind. Jetzt wurden mir die Augen geöffnet. Ich habe mich verändert. Nicht, dass ich ein ganz neuer Mensch geworden bin. Nein. Aber spirituell habe ich mich verändert. Ich mag Philosophie. Besonders den Stoizismus der alten Griechen. Sokrates, Platon, Plotin. In schwierigen Augenblicken sind mir ihre Gedanken über das Leben eine große Hilfe. Aber es wäre einfacher, hingerichtet zu werden. Eine Kugel in den Kopf und das Licht geht aus. Keine ständigen Selbstvorwürfe mehr. Keine Analyse deiner Vergangenheit. Keine quälenden Gedanken mehr, wie grausam du deiner Familie mitgespielt hast. Ich würde mich so gern bei all den Leuten entschuldigen, denen ich so viel Kummer und Leid bereitet habe. Vielleicht ist das mein größter Wunsch, mich vor ihnen niederknien zu können und zu sagen, verzeiht mir. Ich bin ein Mörder. Was soll da noch das ganze Gelaber über Reue? Wie können den Mörder und Sadisten wie wir um Vergebung bitten? Um Gnade. Ein Mann, der drei oder vier Menschen getötet hat, der Frauen und Kinder getötet hat. Was für eine Reue soll es da denn geben? Niemand ändert sich. Vielleicht begeht ein freigelassener Mann keine Straftat mehr und führt ein normales Leben. Aber das ist doch nicht Reue. Wenn du wirklich Reue zeigen willst, dann erschieß dich. Nimm ein Seil und häng dich auf. Das wäre die richtige Buße für deine Sünden. Und vor Gott allein werden wir alle büßen. Im Jenseits. Und vor Gott allein werden wir alle büßen. Du bist auf. Untertitelung des ZDF, 2020